hallo leute und willkommen bei einer weiteren aufnahme von let's zock minecraft und die die vorhin gerade die letzte folge gesehen haben wollte ich noch sagen ich habe jetzt bin jetzt auf dem fehler drauf gekommen ich darf kein abgenutztes freuzeug verwenden sonst funktioniert es nicht wie es ausschaut ja ich träge die musik an ich setze ich auch schon ganz gespannt was ich hättest du mich verarschen mein kopf warten schatz ist kurz nach also es war eine vermutung dass das auch wieder war ja so angeordnet da macht man halt die simplere version ist auch okay ich wollte eigentlich eine schock kann machen aber da will er gerade nicht ich weiß nicht wieso so macht man ein donnerbüchsen laut sagt 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 oder war ich hab ne idee ich habe ne idee das ist im wiki vielleicht falsch steht das könnte ja sein warte ich schau zuerst nach ob die musketen laufen auch mit das lag am feuerzeug aber fix aber ja wurscht ich will jetzt nicht noch eins kreis mal drauf habe ich jetzt aber das problem ist wir können keine munition dafür können weil wir haben zwei oder drei zutaten die musketen brauchen auch mit dem schwarzen ich mache auch gleich präscher pläten das ist nützlich. Ah, falscher Stecker. 1, 2, 3, 4. Ah, kannst du viele Burschen. Aber ich finde das jetzt echt schade, dass ich da keine Tronablüpste craften könnte. Ich meine, für die würden die auch Schwarzblut annehmen. Die wären lustiger als eine Muskete. Finde ich jetzt persönlich. Hey, ich brauche... Du sagst... Und du? Schwarz, sterb! War mir hier nun ein Creepy? Ich glaube, da hinten habe ich ihn gesehen. Ja! Oh, den kommt mir schlecht. Oh, da? Naja, ist super zornig. Hey, Moment, der steht alleine. Ein alleinstehender Creeper. Habt Mitleid, Freunde. Du! Stirb du, sag dir nichts! Stirb du, sag dir nichts! Hab ich gesagt! Wo geht's auch an? Da kriegen wir keinen Schwarzblut dafür. Ich glaub, der will auch nicht zurecht... Der weiß auch nicht zurecht, was er will. Denn so... Was kommt so gut... Genial, was soll ich? Hey, andere Sackgesichten! Mann, da sind viele Sackgesichten! Da ist ein ganz totes Sackgesicht. Lass dich hier weg. Lass dich doch einmal hier. Und du, stirb, 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 stirb. Ach du, sch... Toll, hab ich nicht erwischt. Alter, ich hab echt kein Glück bei der Creeperjagd. Ich bräuchte einen Bogen, ich bräuchte echt keinen Bogen. Ich hab doch einen gehabt, oder? Was soll's? So... Haben wir sonst noch irgendeine Sackgesicht? Nee, oder? Ach, da hinten. Und falls ihr euch denkt, warum ist da alles so krisselt? Das gehört so, das liegt am Tipi. So normal. Schaut halt alles so aus. Und ich finde, ich mag's. Und ich finde, ich mag's. Also, ja, ich mag's. Ich finde, das schaut toll aus. Ich mag's, ja. Aber ich finde, ich mag's. Das ist... Schwachsinnigisch. Ja, wow. Ich bin grad so kreativ, weil ich bin meiner Wortwahl. Das ist echt Wort. Und in der Creeperjagd bin ich auch irgendwie zu voll Pro-mäßig unterwegs. Das ist aber schwer. Okay. Haben wir hier noch... Hinten war noch mal einer, oder? Hallo? Oh, Learika? Hallo? Nelly? Du schaust jetzt nicht aus. Da war doch noch irgendwo einer. Ah, da reicht er. Und ich weiß nicht, dass das doch die Abwacken ist. Aber ich hoffe, noch einmal alles, wenn's so schief. Weil das war deutlich. Oh, lauf, alle waren's so schief. So, wo ist's? Ah, da ist der Sackis. Eine Creeperfresse. Jetzt in meiner Stimme sogar. Bitte nicht der Schaus in die Luft gehen, wenn du schon in die Luft gehen musst. Ja, mischt. Und jetzt droppt er kein Schwarzpulver. Ernsthaft? Arschloch. Die muss doch noch ein Schipka geben. Und zwar einer der Schwarzpulver droppt. Achso, ein Zähnisch. Ich hab's gedacht, wo ist er denn? So. Ah, da haben wir eine Ernte bereits. Und... Ah, da ist er. Hallo. Guten Tag. Ich bin da. Und jetzt bitte droppt Schwarzpulver. Arschloch. Und droppt ihn nicht. Schwarzpulver. Schwarzpulver. Arschloch. Und droppt ihn nicht. Schwarzpulver. 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 Ach so, doch die Sportspulver. Oh da kommt's. Dajachpulver. Oh die wenn er nicht war, Jenny würde nicht schißen, Und dann so vom Loch wegschießen. So vom Wegloch schießen. So, gleich haben wir das Sackgesicht echt gesperrt. Ich finde es so lustig, Monster einzumauern. Und zu den Kratern. Also so gesehen sind Creep eigentlich verdammt nützlich. Sie machen den Gratis-Mob-Gefängnisse. Ich bin jetzt leider öfters in deine Häuser rein. Ich bin jetzt leider öfters in die Nähe. Ich bin jetzt leider öfters in die Nähe. Ich bin jetzt leider öfters in die Nähe. Warum ist er jetzt hier zufrieden? Alter! Was ist mit meiner Maus los? Aber wisst ihr was? Ich mach nachher was. Weil ich weiß nicht, wie viel ich für die Donnerbüchse gebraucht hätte. Ich hätte ein Stück Eisen mehr gebraucht. Aber da ich nicht weiß, wie ich das craften soll. Weil das jetzt anscheinend nicht geht. Hätte ich gesagt, gehe ich nachher auf Creative. Ich habe hier die Musketen und einen Eisenbarn. Und nehme mir dafür eine Donnerbüchse. Okay? Noch ein bisschen Schwarzbumpa. Wir finden. Das wird dann echt Bunny. Kann ich euch versprechen. Okay, was ist jetzt los hier? Das ist ein Zirkus, oder? Ja, das ist ein Zirkus, oder? Wir haben jetzt noch einen Stock raus. Ich mache nachher nicht gleich ein neues Schwert. Das jetzige ist jetzt im Eimer. Apropos einmal. Ha, 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 ha. So, wo es ist. Kampf. Nehmen wir die Musketen raus. Pfeile immer rein. Fleisch kann man nicht essen. Innenzeug. Ganz halt gut. Achso, ne, wir haben eh noch einen. Steinschwein. Krümeln. Steinschwein. Zwei. Zwei. So, dann gehen wir kurz auf Creative. Und schon. Schwarzpulver. Zwei. Eins. Ah, falsch. 어? Eck. Zeig. Kings moving? Woah. Der Schl haven schwein habt eine lustige Bucke. Wo haben wir die Donnebüchse? Ah. Donnebüchse. Und ein wenig Schwarzebulver. Entschulde bitte nicht den Klin jetzt. aber ich will euch das zeigen weil das ist so lustig die restlichen sachen die dritte von heute gut dann bis nachher gleich let's zock mancraft